Hallöchen! Es ist Spongebob-Time! Ich kann ja nicht nachmachen. Das ist der Santiago Sesema. Gut. Wir können beliebige Tasten drücken. Ich bin mal gespannt. Oh, okay. Der Revenger sagt gerade, er hat einen Vorgänger mit 100 Prozent durchgespielt und es war richtig toll. Bin ich mal gespannt. Geil. Ich mag Spongebob jetzt so gerne. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, hab was vergessen, hab was vergessen. Jetzt bin ich bereit, jetzt bin ich bereit. Das ist teuer. Oh, ich freue mich schon so sehr auf die Handschuhwelt. Ich gehe lieber zu Patrick, um ihn daran zu erinnern, welcher es abholt ist oder wer ich bin. Nein, 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 nicht du, nicht heute. Okay. Heute ist ein Tag der Entspannung und Inspiration. Sehr schön. An meinem freien Tag werde ich nicht gestört werden. Den verbringe ich mit der Liebe meines Lebens, mir selbst und meiner Kunst. Natürlich. Klingt lustig. Kann ich helfen? Ja, du kannst etwas wirklich sehr, sehr wichtiges für mich tun. Okay, 100 Prozent. Verrückt. Sehe ich ab. Gehen wir dann zum Patrick. Komm wieder, wenn mein Wecker geklingelt hat. Mein Schönheitsschlaf hat oberste Priorität. An deiner Stelle würde ich nicht in diese Richtung gehen, SpongeBob. Die Straße wird durch einen großen Stau blockiert. Echt? Aber wie sollen die Leute denn dann ihre Kramburger mampfen? Tun sie nicht. Sie nur selbst. Ich sitze hier mit den Inhabern konkurrierender Restaurants fest, dem Abfalleimer und der krossen Krabbe. Das ist doch die perfekte Gelegenheit, eine Doku über das beste Restaurant Bikini Bottoms zu drehen. Gute Idee. Ein Film über die Köstlichkeiten des Abfalleimers würde glatt Millionen einbringen. Ich meinte die krosse Krabbe. Niemand geht in den Abfalleimer. Es sei denn, er will fragen, wie man zur krossen Krabbe kommt. Der deutsche Synchronsprecher ist doch, ist der nicht tot? Ich weiß es nicht. Jedenfalls. Die Behörden sind noch dabei herauszufinden, wo die Nägel, die diese Kollision verursachten, herkamen. Nägel? Vielleicht kann Mr. Krabs dabei helfen. Letztens hat er eine ganze Wagenladung an Nägeln bekommen. Er kennt sich bestimmt damit aus. Ja, komm mal. Genau. Okay, das war nichts. Okay. Okay. Sag mal, ist das jetzt da? Ah! Ja, wo soll ich denn da hinkommen? Gibt es einen Doppeljump? Ja, es gibt einen Doppeljump. Hallo, Sandy. Howdy, Spongebob. Du bist ja früher wach als ein schlafloser Gockel. Lust auf ein bisschen Karate? Gut, sie frühstücken aber halt eben so die Besonderheiten alle einfach mal so ab. Aber hallo. Allerdings könnte ich etwas Polsterung vertragen, Sandy. Patrick und ich werden den allerschönsten Tag in der Handschuhwelt verbringen. Kommst du mit? Danke, aber dieses Eichhörnchen bleibt Handschuh frei. Ich bevorzuge den Nervenkitzel von Muskeltraining und Gummienten. Aber wenn du etwas Zeit hast, könntest du mir dabei helfen, alten Schrott aus meinem Garten zu beseitigen. Gar keine Frage, Sandy. Bereit zum Stemmen, ihr Memmen? Ich glaube, du hast ein paar Stellen vergessen. Wenn du dich darum kümmerst. Ja. Ja. Aha. Jawoll. Jawoll. Seltsam, aber ja. Großartig, Spongebob. Mein Garten ist so schön wie ein Frosch mit Fell. Danke für deine Hilfe und viel Spaß mit Patrick. Danke. Wie. Mhm. Mhm. Hab ich doch. Ah, geliebtes Bikini-Bottom, der perfektiontastischste Ort im Gan... Guten Morgen, bester Freund. Bist du bereit, hält der Handschuh Welt? Jo, guten Abend. Hallo, Smino. Hallo, ich hab durchgemacht und so getan, als hätte ich Hände. Hä? 47 Sekunden später. 47 Sekunden später. Okay. Patrick, coole Kids. Hi. Ich wünschte, ich könnte cool sein. Ist der Wagen hier gerade etwa einfach aus dem Nichts? Ist doch egal. Nee, auch nicht cool genug. Könnte ich das haben? Was? Die alte Flasche? Voll mystischer Magie? Zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Madame Cassandra, Lieferantin langverlorener Schätze der sieben Meere. Zum Schnäppchenpreis. Magische Blubberseifer. Verwirkliche deine Träume. Mit diesem einzigartigen Blubberblasen, den sie, kannst du haben, was immer du willst. Und werden, wer immer du sein willst. Blubberre deine Wünsche einfach in den Himmel. Hat für mich leider nie geklappt. Einige Sekunden später. Ich wünsche, nein, ich wünsche, nein, ich wünsche, nein, ich wünsche... Ballons, Ballons, Ballons! Okay, mein erster Wunsch ist für meinen allerbesten Freund, der Ballons liebt. Ich wünsche mir für Patrick das allergrößte Ballon-Abenteuer seines Lebens. Juuuuh! Hihihi, Ballons! Ist ein Tag voller Ruhe und Frieden denn wirklich zu viel verlangt? Ja. Wie soll ich denn je mein neues Meisterwerk vollenden? Denn hier Clowns mir ständig die Ohren voll kichern. Ich wünsche mir, dass Tadeus Kunst endlich die nötige Anerkennung bekommt. Was macht ihr beiden denn? Warte kurz. Ich wünschte, die ganze Welt würde erkennen, wie toll Sandy ist. Das ist Spongebob. Coole Blase. Drei Stunden später. Oh! Hey Spongebob, was heißt das, wenn da steht, nur die, die reinen Herzen sind, sind der Macht der Meerjungfrau Tränen wohl. Ich glaube schon. Das ist mir bestimmt wahr, dieses Seifenblasenwasser zu finden. Moment. Da steht auch, Eigentum von König Neptun. Nicht für Sterbliche geeignet. Spaß am und mit Vorsicht nutzen. Oh, oh. Ich glaube, das war nicht so richtig für Kinder. Oder? Das war viel zu abgefahren. Für mich war das irgendwie Nachfolgeveranstaltungen zu Lernstimpel. Oder? Oh nein, Patrick. Was haben wir getan? Also ich habe den Chat gerade getroffen und die diskutieren darüber, ob denn, ähm, ob Spongebob was für Kinder ist. Wer hätte gedacht, dass der Zaubertrank einer mysteriösen Wahrsagerin in einer zwielichtigen Kutsche nach hinten losgeht? Ja, das war absolut unvorhersehbar. Moment mal, Patrick. Du bist ein Ballon. Schön wär's. Wäre ich ein Ballon, könnte ich coole Sachen machen wie das hier. Oder das. Oder das. Siehst du, Spongebob? Oh. Ich bin ein Ballon. Deswegen fühle ich mich in letzter Zeit so aufgebläht. Wir müssen unsere Freunde suchen und schauen, ob es ihnen gut geht. Oh. Gut, dass Thaddeus so gelassen ist. Andernfalls würde er sich darüber bestimmt aufregen. Hä? Mein Stein! Mein schöner, großer Stein! Alles, was übrig ist, sind meine... Oh nein! Meine riesigen Klebezettel sind auch weg! Was? Wer erinnert mich denn jetzt daran, mehr riesige Klebezettel zu kaufen? Genau. Keine Sorge, Patrick. Die Klebezettel liegen bestimmt irgendwo hier rum. Oder hier. Oder da drüben. Oh, Space and Control. Ja. Süß und klebrig. Autsch! Sieht ziemlich kaputt aus. Warte mal. Vielleicht hat eins von Sandys missglückten Experimenten dieses Chaos verursacht. Es ist bestimmt alles ihre Schuld. Nein, ich glaube nicht, Patrick. Sandys Experimente hinterlassen immer den Geruch von Eicheln in der Luft. Alles, was ich hier riechen kann, ist... Schwammatem und Seifenblasen. Oh ja, das ist das gute Zeug. Kleine Gleiten. Space. Mit dem Pizza-Karton. Ernsthaft. Oh, das war knapp. Wow. Oh, das war knapp. Bis jetzt ist das echt geil irgendwie. Das ist jetzt sehr einfach. Weil ohne Zeitdruck vielleicht auch so künstlerisch abgedacht. Aber das macht echt Spaß. Bis jetzt mein Highlight habe ich hier. Nimm deine schrabbelige Hand von mir. Ich bin zu klug, um so zu enden. Oh, da habe ich ein bisschen Angst. Ja. Ja. Haha. Tipps, Kassfrau. Ihr idiotischen Vielzeller! Euretwegen herrscht im Bikini-Bottom das reinste Chaos. Mein Restaurant ist umgekippt und das arme kleine Fleckchen ist weg. Hättet ihr mich doch mitmachen lassen. Das ist doch, naja, genau mein Ding. Korrekt. Oh nein. Sorry, Plankton. Wir kriegen das wieder hin. Ja, okay. Das kann vielleicht sein, ja. Ihr müsst das in Ordnung bringen, ehe noch jemand außer mir das Chaos für sich ausnutzt. Korrekt. Warum wiederholst du dich? Hat deine Festplatte mal wieder einen Aussetzer? In- korrekt. Juhu, hier drüben, meine kleinen Töpel. Meine entzückenden Lieblinge. Ihr habt dieses Unheil überstanden. Juhu. Oh, Madame Kassandra, wir hatten nur Spaß und haben aus Versehen zu viel magische Seifenblasen geblasen und Bikini-Bottom zerstört. Und jetzt sind all unsere Freunde weg und überall ist Gelee und, und, und. Ich vermisse mein Gary-Lein. Der Gary ist nicht da. Hä? Wer ist sie? Das ist nicht irgendein Gelee, SpongeBob. Das ist kosmisches Gelee, der Kleber der Realität. Euer Blasenspektakel hat anscheinend Löcher im Universum erzeugt, die das Gelee herausquetschen und eure Freunde in neue, seltsame Welten gezogen haben. Richtig gute Story. Das war auch mein erster Gedanke. Ja, klar. Bringt mir so viel davon, wie ihr finden könnt, damit ich es untersuchen und, ähm, euch helfen kann, euer Chaos ungeschehen zu machen. Schließlich trage auch ich Schuld, da ich euch versehentlich einen solch mächtigen Zaubertrank gegeben habe. Mich traue ich nicht. Entschuldigung. Jepp, das ergibt Sinn. Ausgezeichnet. Dann ab in die Portale, die sich in der ganzen Stadt geöffnet haben. Okay, jetzt wird es ein bisschen konstruiert, das macht aber nichts. Mit dem Gelee kann ich kosmische Kostüme für dich schneiden. Dann, die jeweils mit einem Portal verbunden sind. Je mehr Gelee, desto mehr Portale können wir durchschreiten. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Los, retten wir Bikini-Bottom vor den unbeabsichtigten, aber verheerenden Auswirkungen unserer Handlungen. Finde das Portal, das zu deinem Kostüm passt. Sobald du deine Freunde gefunden hast, kehre du mit diesem magischen Blasenstab nach Hause zurück. Im Laden kannst du Spongebob's Kostüme kaufen und anziehen. Weitere Kostüme schaltest du frei, wenn du die Geschichte spielst. Du Blonden sammelst und neben es dir und abschließt. Mit kosmischen Gelee kannst du frei, Schalterkostüme kaufen. Guck mal, wir machen gerade mal noch die zwei weg. Ja, noch die. Vielleicht auf der anderen Seite dieses Portals. Komm, Patrick, wir müssen sie retten! Wir... Ich würde aber erst mal das tun. Ah, schon wieder. Aha, das ist jetzt nicht. Das ist auch kein Genre, okay. Ich verstehe. So, dann gehen wir mal da durch. Hallo? Darf ich? Hallo? E? Was ist denn schon wieder? Ja, E. Ich drücke E. Geht nicht. Das ist das falsche Portage, oder was? Hä? Kann doch nicht sein, dass ich mit dieses Kinderspiel zu... Ah, da ist ja noch was. Was ist das denn? Achso, das brauche ich nur, wenn ich, äh... Ich soll doch da hin. Was ist denn das? Geht da eh? Die krasse Krabbe verschwinden lassen! Der ist ja gut. Aber warum komme ich da nicht rein? Ach! Ja, ist okay. Es war ein langes E. Man hat diesen Kreis noch nicht gesehen. Oh yeah, hauli-partner. Da wird nie gedrückt halten. Ich beschleicht das Gefühl, dass wir nicht mehr im Bikini-Bottom sind. Sieht eher aus wie... Der wilde Westen! Jeho! 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 Oh, tut mir leid, Partner. Ich suche meinen Freund, Mr. Krabs. Er hat ungefähr deine Größe. Ist rot und mag Geld. Ich mag Moneten. Ein Krabbenproblem, was? Du solltest dich am besten mit dem Sheriff in Manta Faye unterhalten. Puh, was für eine Farbe. Ja, stellen wir uns an und fahren nochmal. Keine Ahnung, wozu Kassandra dieses Zwei-Fahrt. Das einzige, wofür ich Gelee brauche, sind Gelee-Sandwiches! Patrick, Kassandra weiß schon, was sie tut. Wenn sie sagt, dass sie Gelee braucht, um unsere Freunde zurückzuholen, dann bringen wir ihr eben Gelee. Geheey, geh! Geheey, geh! Oh! Oh! Keine Ahnung. Doch, also muss sie scheinbar sein. Von SELF-Fahrt zu sein, wir brauchen. Geheey! Anhaltenden. Geheey! Gehe! 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 Ne, hier muss man ausweichen. Oh, da können wir das noch mehr. Das ist normal, ja. Die Wasserphysik innerhalb Wasser, das können wir das wirklich sehen unter Wasser. Die Strecke ist so klein. Da fassen wir nie rein. Warum müssen wir nur so groß sein? Das ist nicht klein, Patrick. Ist es nicht? Es ist nur sehr, sehr weit entfernt. Wir sind gerettet, Patrick. Es ist Mrs. Puff. Wenn jemand weiß, wo Mr. Krabs ist, dann sie. Schnell, wir müssen sie einholen. Sie mag uns da nicht kennen. Aber hier vermutlich nicht. Hier müssen wir sie erst kennenlernen, wie wir sie das erste Mal zu Hause uns kennengelernt haben, denn als sie uns kennengelernt hat. Verstehst du? Nein. Die ganze Klappe schlagen. Ich hoffe, die sind nicht wirklich klar. Nein. 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 Was macht dieses Gepäck mitten in der Wüste? Ich glaube, es ist aus Mrs. Puffs Kutsche gefallen. Da! Noch mehr loses Gepäck! Ich finde das sehr entspannend. Wie kommen wir rüber? Ich glaube... Okay. Okay. Blasentaste. Das ist ein Knopf! Okay. Verfolge die Verpackungen! Aaaaah! Ok, das ist ja super. Ich habe das Gefühl, als hätte ich auf dieser Ranch schon mehrere Renato-Erfahrungen gehabt. Ja, so ist eben der wilde Westen. Ich verstehe. Das ist schwierig. Na, geht. Wow, ist das Mrs. Puff. Was macht sie denn auf einer Ranch? Ich liebe dein Stress. Nee. Wieso habe ich so viele extra Leben? Achso, weil ich welche verloren habe. Ah, endlich Jungs nicht mehr. Ok, da gibt es ja doch einiges. Hm. Hä? Sehr gefährlich. Ihr könntet ihn nur austrocknen. Hä? Schon der Gedanke bläht mich auf. Ich kriege Blähungen, wenn ich Schneckenfutter esse. Hi, mein Name ist SpongeBob und der Ballon hier ist Patrick. Wir suchen unseren Freund, Mr. Krabs. Aber er heißt vielleicht nicht Mr. Krabs. Er reist vielleicht mit einem anderen Mann. Oh, wie Jeremy. Oder Petunia. Oder Captain Chloe. Oder Ronaldo. Ah. Eine namenlose Krabbe? Ja? Geht nach Mantafé. Da verschlägt es jeden hin, dem etwas fehlt. Könnten sie uns dort hinfahren? Nein. Das ist eine Reitschule und kein Taxidienst. Wenn du jedoch meinen Test bestehst, könntest du selbst mit deinem eigenen Reiterschein hinreiten. Okay. Mein eigener Reiterschein. Darf nicht funktionieren. Wenn du so weit bist, triff mich beim Seepferdchen. Mal schauen, ob du den ganzen Weg bis Mantafé oben bleibst. Mhm. Ja, Mrs. Puff, ich meine Frau Lehrerin, äh, ich muss Ihnen gestehen, dass, äh, ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich nicht der beste Prüfling bin. Also, also, können wir diesen Teil überspringen? Nein. Nein, nicht albern, Spongebob. Ein bisschen Rodeo hat noch keinem geschadet. Der es überlebt hat. Der es überlebt hat. Auf die Plätze. Fertig. Und los! Nein! Okay, gut. Spongebob, spring! Gut gemacht, Spongebob. Du hast 35,7 Punkte. Drumherum! Puh! Oh. Alter! Das ist schwierig. Auch nicht schon wieder von vorne. Mhm. 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 Okay, jetzt weiß ich aber. Spongebob, spring! Gut gemacht, Spongebob. Du hast 35,7 Punkte. Hey. Hallo? Oh. Geh mal drauf! Spongebob, pass auf! Ja, wo soll das gehen? Äh, was? Oh, sag mal jetzt. Weißt du? Na, das ist doch zu früh jetzt. Lass mal. Oh Gott, ist das nicht einfach, das da, ne? Boah. Ich kann halt nicht langsam machen. Das ist das Problem. Spongebob, spring! Ja, mach ich doch. Gut gemacht, Spongebob. Du hast 35,7 Punkte. Äh. Äh. Immer drauf! Spongebob, pass auf! Das ist schrecklich da. Dann schwing dich mit meinem Gesicht. Ich guck's, wenn wir da anrufen. Gut. Gut, spring einfach weiter! Gut. Burt als normalerweise anhalten. Burt als normalerweise anhalten. Oje, du hast 6 Punkte. Von 7. Mir fehlt nur ein Punkt, um zu bestehen. Yippie! Können wir die Prüfung wiederholen? Sie hat so viel Spaß gemacht. Ach nein, das ist nicht nötig. Ich wusste ja nicht, dass du Spaß hattest. Spaß ist einen Bonuspunkt wert. Hier ist dein Reiterschein. Vielen Dank, Partner. Ein Führerschein. Yeah! Ja! Aber das muss er bereichen. Ich glaube, das geht nicht. Mit diesem Führerschein darf ich nur Seepferdchen und ähnliche Tiere reiten. Mit Ausnahme von... Hier steht überhaupt nichts von Bootmobilen. Ach, sobald es Bootmobile gibt, lege ich die Prüfung einfach nochmal ab. Ja, von wegen. Wacht da. Hallo? Jeha! Wir haben es nach Manterfee geschafft, mein fliegender Freund. Mein Hintern bringt mich um von deiner ganzen Reiterei. Oh, Sheriff Eichel. Da ist Sandy. Ich meine, er ist der Sheriff. Ja, wen haben wir denn hier, hä? Du magst so gelb wie Senf sein, aber hast du auch Biss? Bitte nicht beißen. Zu unhygienisch. Ich suche meinen Freund Mr. Krabs. Hast du ihn gesehen? Große Augenstiele, winzige Beinchen. Bin außer Dienst für das Duell, Süßer. Aber wenn du's mit mir aufnehmen kannst, seh ich mir den Fall mal an. Okay? Besorg dir einen Strohhalmpartner am besten ohne Knick. Dann veranstalten wir einen kleinen Kaktussaft-Showdown. Kein lebendes Meerestierchen kann mehr Saft trinken als ich. Du gehst schneller unter als ein rostiger Anker. Gilly Banditen! Was glaubst du, wie das? Du hast ja mehr Überraschungen auf Lager als meine Socken nach einem Sandsturm. Dass du's mit den Gelee-Banditen aufnimmst. Dann zeig mal, was wirklich in dir steckt. Strohhalm, raus! Klub, 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 klub! Was? Runter damit! Runter damit! Skull! Salute! Verdammt noch mal, der Kaktussaft ist alle. Seit dieser rothändige Räuber und seine Banditen unsere Kaktus-Farm übernommen haben, sind unsere Vorräte knapp. Können wir uns vielleicht mehr Kaktussaft aus den Kakteenhügeln besorgen? Je eher wir unser Duell beenden, desto eher kann ich deinen Krabbenfall lösen. Ja. Keine Sorge, Sheriff. Hilf Sheriff SpongeBob! Und Ballon, hilf Sheriff Patrick! Das ist schon lustig, ja. Kümmern sich drum. So, aber wir müssen aufhören. Es ist spät. Wir wissen, wie das abgeht. Dieses Spiel macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Ich finde es sehr gelungen. Es hat auch ein paar Herausforderungen, die sind aber nicht zu kritisch. Die schaff's sogar ich. Und ich bin ja nicht so gut in solchen Sachen. Ja, ja. Echt? Boah. Naja, gut. So, ich bin durch. Sowieso. Ich bin fertig. Ich sag danke fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall mein Abo. Und, ne. Light da. Kloppe ist voll. Und dann sag ich, ne. Das Spiel ist klasse. Das war bis jetzt mein Highlight. Und, ja. Dann. Morgen geht's weiter. Ciao.